jo leute was geht und herzlich willkommen zu einem neuen video und ja leute dem heutigen video möchte euch eine neue version vom gift cast of friends glitsch zeigen ja mit diesem gift cast of friends glitsch könnt euch innerhalb von sekunden verglitschen aber was benötigt ihr denn für den glitsch für den glitsch benötigt ihr auf jeden fall eine mosie in der mosie muss schon das auto befinden was ihr nicht mehr benötigt oder halt einen kostenlosen elegy ebenso benötigt ihr dann noch einen rc bandito und das war es mehr benötigt ihr auch nicht euer freund der euch verglitschen muss er benötigt auf jeden fall ein fahrzeug lagerhaus in dem fahrzeug lagerhaus benötigt er noch einen ruiner und das war es auch schon mehr benötigt der freund auch nicht euer freund fordert dann einfach mal seinen ruiner an er registriert sich nun als co schickt uns eine co einladung wir nehmen die einladung dann selbstverständlich an haben wir die einladung angenommen steigen wir in seinen ruiner ein unser freund fährt jetzt zu seinem fahrzeug lagerhaus mit geöffnetem interaktionsmenü das heißt unser freund öffnet einfach nur sein interaktionsmenü fährt zu seinem lagerhaus als nächstes steigt unser freund einmal aus ist der freund ausgestiegen steigen wir als nächstes aus wir öffnen einmal das interaktionsmenü gehen in inventar zu den ferngesteuerten fahrzeugen fordern einmal den rc bandito an als nächstes einfach dann rc bandito wieder verlassen und schon sind wir verglitscht ja als nächstes fordern wir einmal unsere mosie an sagen dann jetzt unserem freund bescheid dass er dann einmal unsere mosie holen soll so hat dann unser freund unsere mosie geholt fordern wir dann einmal über das interaktionsmenü das fahrzeug aus aus unserer mosie an so in meinem fall hatte ich hier noch eine schmutzige easy kopie in meiner mosie drin die ich nicht mehr benötige wir fahren einfach hinter unsere mosie unser freund geht ins pausenmenü wir drücken dann steuerkreuz nach rechts unser freund wird dann aussteigen wir fahren dann ein stückchen zurück steigen dann einmal aus dem fahrzeug aus gehen dann in die franklin meldung das heißt wir drücken steuerkreuz da unten rechnolog sich nach oben drücken diese meldungen einfach ablehnen unser freund stellt sich dann hinter unsere mosie wir gehen einfach zu dem blauen kreis auf alleine eintreten gehen dann jetzt wieder in die franklin meldung das heißt steuerkreuz nach unten drücken rechner log sich nach oben die meldung werden wir dann einfach ablehnen und schon werden wir dann oben am 0 punkt sparen und um zu verhindern dass wir jetzt wieder sichtbar werden gehen wir jetzt einfach die ganze zeit wieder in die franklin meldung und brechen wieder ab so lange bis unser freund oben am 0 punkt ankommt ihr könnt selbstverständlich auch die ganze zeit in der franklin meldung drin bleiben aber um zu sehen ob der freund auch jetzt angekommen ist einfach wieder die franklin meldung wieder abbrechen dann wieder erneut in die franklin meldung gehen die dann wieder abbrechen und wie gesagt das machen wir jetzt so lange bis unser freund oben am 0 punkt angekommen ist so ist an der freund dann angekommen rennen wir ganz schnell zu dem auto einfach einsteigen und schon haben wir das auto von unserem freund gezogen wir haben jetzt wieder aus der emosie rausgehen werden wir jetzt wieder unten bei seinem lagerhaus bornen und ja wenn ihr euch jetzt das nächste auto ziehen wollt dann einfach die gleichen schritte wieder holen und im jahr leute das war es auf jeden fall schon mit dem video ich habe es hat euch gefallen wenn es denn so sein sollte wird mich auf jeden fall freuen wenn ihr mir nur ein abo und ein like da lassen würdet und ja dann würde ich sagen bis zum nächsten mal ciao bis zum nächsten mal